moin moin freunde der leichten unterhaltung ja wir befinden uns immer noch in dark souls auf der switch und haben so einiges erlebt schon jetzt haben wir dieses tor geöffnet haben den drachen ganz easy mit einschlag getötet ein haben natürlich nicht als feige sind vorbeigerannt und er hätte uns auf einer dran gekriegt aber wir konnten dann trotzdem das leuchtfeuer hier drücken jetzt sind wir hier rache ist weg weiß kann wo der henn ist und jetzt gehen wir die anderen wege die wir noch nicht erforscht haben weil dieses schwein gibt es hier nicht mehr dass ich auch ganz gut erst mal angerannt hier war nicht durch schade die sind mit feilen auf uns müssen wir von hier oben wahrscheinlich killen erst mal sonst kommen wir damit wirklich nicht weiter wir lassen wir mal einiges kalt stehen hier dann locken wir ihn hier ran dann lassen wir ihn stehen naja lassen wir ihn doch mal ein typ noch hinterher ob das andere ist geht eigentlich langsam flott von der hand aber man muss trotzdem erwachsam sein also plötzlich wieder in ein paar freund wenn er nicht so hier waren wir mich auch war schon aber noch nicht durch alle wege gegangen aber wo wir über links werden die wege die ich nicht kennen wir sind ja ein paar wege schon gegangen und wir kennen auch ein paar wege wir können mal hier reingehen die drin gibt dann gibt es diese komischen wächter mit dem wir schon mal gekämpft haben also ich habe dieses es gibt auch dieses steppen von hinten dass man hinten den von hinten in rücken hauen kann ich nicht hin ich weiß nicht wie man das machen soll ob es sein nünftigen move gibt ich weiß es nicht ich nicht hin ja guck mal danke war klar dass da noch einer sitzt die schritte mich schon gehört umher wie auch noch also händler gemacht ich weiß ich weiß ich glaube es reicht ist nach der auch nichts von meiner nase ich habe rausgefunden die menschlichkeit hat mir auch jemand geschrieben total nett und zwar über twitter die menschlichkeit kann ich nutzen am lagerfeuer und kann mich davon ja sozusagen umwandeln wieder in menschen kann aber eine menschlichkeit auch noch mal sozusagen opfern und dadurch bekomme ich mehr von diesen eilungsflakons das ist gut zu wissen wieder schritte genau super ok da drin steht ja noch einer der sie war außer der irgendwie mehr ab kann so sieht es nur so aus muss man auch gar nicht gegen kämpfen sieht auf jeden fall richtig fett aus wie ein fettes monster rein was ich umbringen will ich habe ein bisschen angst zu dem hinzugehen und hier auch immer anders hin noch was das denn auf mich da ist es da wieso ich die anderen kann man zu den hängen hochkommen ist wo sie es war ja irgendwie hochkommen den zu killen das kommt ja gar nicht dahin ist mich ja die ganze rücken der asi weg hier links hier 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 Ah, nein. Halt mich gleich. Scheiße. Ah, das war mir schon klar irgendwie. Das war mir schon irgendwie klar. Ja, müssen wir nochmal versuchen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber vielleicht könnten wir ein paar mehr von den Dingern bekommen, da. Von diesen Flakons, weil ich glaube, 5 sind mir zu wenig. Ich brauche 10 oder 15 oder 20. Aber noch viele. Wollen wir das jetzt nicht hier... Oder wenn ich raste, ist das weg da oben, meine Seelen, ne? Wir holen uns erst die Seelen wieder überraschen. Nicht, dass ich... Ich habe auch keine Menschlichkeit, die ist ja alles in einem anderen Ding drin. Ich muss mal eilen, aber hier, weil sonst nervt das schon. Wege an, einige, ne? Das wird so ein bisschen schneller, genau. Ich glaube, es hat, ist ja gar nichts. So, die oben holen wir auch noch schnell. Ich bin nicht. Ich bin beschossen, wenn die ganzes Zeit. Oh, ich bin aber so liegen. Das ist mir komplett egal, wo wir die jetzt hier drüben. Dann auch noch da hochgerannt, ne? Aber wir holen uns erst mal unsere Seelen wieder, die hier gleich liegen. So, wie wäre es mir jetzt einfach zurückgehen, schnell? Oh, ich glaube, das sind die Neues. Regenerieren, ey. So, jetzt müssen wir mal kurz... Gehen wir mal zum Leuchtfeuer. Ja, das war hier hinten. Wir müssen natürlich die Gegner mal machen, aber wir können dann ja vielleicht unsere... ...menschlichkeit umkehren. Und dadurch... Da kann ich nicht runter... Oh, die sind ja die Ratten. Stimmt. Da kriegt der Weg hier wirklich gar nicht längs. Da war das... So... Aufsteigen können wir sowieso nicht. Aber wir können Ausbildung umkehren. Und wir können entfachen oder mehr Finger, glaube ich. Ja, sind wir 10. Perfekt. Da kommen wir doch schon wesentlich weiter mit. Komm hoch. So... Können wir laufen? Das ist schon mal gut. Wie schafften die Leute das immer von hinten ranzukommen? Na, das ist gar nicht. Ich komme nicht mehr in die Nähe von hinten. Würde so gerne von hinten. Sehr gut, ne? Komm hierher. Da habe ich eine Seele vergessen. Gucken wir nochmal schnell. In der Seele sage ich schon. Aber irgendwas verloren hat. Plündern können wir den auf jeden Fall. Sehr gut. Mal mit. So. Schauen wir uns mal an, was hier droben machen. Also bevor wir da reingehen. Wenn wir nachher noch machen. Gehen wir erstmal außen rum und gucken. Wie wir da von oben rankommen. Weil wir den Typen da oben kehren können. Das war schon sehr wichtig. Oh. Oh nein. Wie dumm war das denn? Wo kommt er denn her da auf einmal? Ach du Scheiße. Wo kam denn er bitte sehr her? Wo kam er denn bitte sehr her? Ah. Selber Scheiße. Okay, also es kommt auf jeden Fall einer aus dieser Hütte raus. Da müssen wir natürlich aufpassen beim nächsten Mal. Ähm. Ich dachte nicht, dass ich so oft sterbe in dem Spiel. Nein, das dachte ich natürlich schon. Ich war, das war mir auch bewusst. Aber trotzdem gerade. So. Oh nein. Der zweimal schlägt. So schnell was. Geh hoch. Dann nehmen wir die gleiche Leier, ne? In Ruhe. So, du brauchst nicht weglaufen, kannst du hier unten bin ich. Direkt zu mir wieder. Kommt da aber nicht, doch da. So. So. Der eine kommt da auf jeden Fall raus. Dass die jetzt mit dem Sperrtypen hier oben ist. Ob der auch noch zu mir kommt hier? Nicht? Oder hier oben? Da kommt der ja. Okay, der war das wahrscheinlich. Der gerade eben, der uns geschaffen gemacht hat. Lachen hier einsammeln. Ich bin da wieder hier runter. Ich habe den ganzen Sperrtypen noch Schritte höher hier. Der Ritter der da kommt. Will den anderen auch erstmal rauslocken? Aber nicht. Wir haben einen hinter der Tür. Wir gehen jetzt mal auf den hier zu. Wir suchen den irgendwie zu töten. Hier fertig. Okay. So. Boah, plündern. Plündern. Vielleicht plündert das so gerne. Werber. Wir gehen wir hier weiter. Geht's auf jeden Fall hoch? Ach stimmt, hier waren wir aber schon mal. Wo geht's denn da hoch? So, mal gucken. Ach von hier sind wir auch... Okay, jetzt weiß ich wie du... Oh, wir haben hier best. Da sind wir gekommen, ne? Werden wir hier runter? Wo uns das hinführt? Ah, okay, von hier sind wir gekommen. Genau, hier sind wir durchgekommen durch diese Zunde. Können wir den von hinten killen? Ja, auf jeden Fall haben wir ordentlich Energie weggenommen. Oh. Geht's auch. Okay, hier steht dieses Ding, was man einsammeln kann. Ein dritter Schild. Oh, das guck ich mir mal an. Sieht ganz gut aus. Ein dritter Schild 68. Und dann physisch auch. Können wir natürlich mitnehmen. Also müssen wir jetzt nicht unbedingt anwenden, weil das, glaube ich, keine höheren Stats hat als das andere. Das macht ja nichts. Geh hier hoch. Willkommen. Gab's hier nicht? Nö. Jetzt gehen wir hier wieder diese Holzbrücke. Können wir bestimmt rein in dieses Ding und können den von oben töten. Hoffe ich zumindest. So, hier sind ein paar Leute. Ist aber nicht so schlimm. Okay. Schön was cool aus hier alles, ne? Geht ihr durch? Ne, wir wollen ja in diesem, dieses Palast da rein, um die Wache von oben zu töten, die uns jetzt hat bombardiert. Hier drinnen. Oh, da steht der Ritter schon. Will er jetzt auch kommt. Geh hoch. Den komme ich, glaube ich, nicht. Nein, da mit denen. Ja, ja, ja. Das ist doch ein Mordstyp. Oh. Oh, nein. Falsche Richtung. Geh hier nicht wieder weg. Ja. Lassen wir mal vorbei. Okay, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Zwischen Angst vor dem. Können wir jetzt hier rein, wo er da war. Können wir diesen Typen da oben mal angucken. Steht da und schießt auf uns da oben. Kann er hier längst rein gehen? Können wir hier rein? Hier sollten wir vielleicht nicht rein gehen. Hier sollten wir vielleicht nicht rein gehen. Der Ritter, wir können hier hoch gehen. Oh. Oh nein. Oh, shit. Okay, das war dumm. Das war sehr dumm. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Am nächsten Mal versuchen wir dann unsere Sachen wiederzuholen, was uns natürlich nicht gelingen wird. Aber wir versuchen es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch irgendwie ein bisschen Freude gemacht. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.